Liebe Glaubensgeschwister, ich wende mich heute an euch im Auftrag des ACCH, des Arbeitskreises Christliche Corona-Hilfe, und ich möchte euch ein wenig erzählen von den Reaktionen, die wir bekommen haben auf den Gebetstag, zu dem der ACCH aufgerufen hatte am letzten Sonntag im Januar. Wir haben sehr viele Reaktionen bekommen, wir waren völlig überrascht, wie viele Geschwister uns geschrieben haben. Wir hatten hunderte Zuschriften, einmal aus dem deutschsprachigen Raum, aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und darüber hinaus auch aus anderen Ländern, aus Spanien und Rumänien und Ungarn und sogar aus Paraguay haben uns Zuschriften erreicht. Aber wir waren nicht nur über die Anzahl der Zuschriften überrascht, sondern auch von der großen Dankbarkeit, die viele Geschwister zum Ausdruck gebracht haben. Es ist ja jetzt an sich keine große Sache, einen Gebetstag zu organisieren, aber das allein hat schon so vielen Geschwistern neue Hoffnung gegeben, dass das Gefühl, dass sie nicht allein sind und das hat sie wirklich ermutigt und dem Glauben gestärkt. Und das zu hören, diese positiven Rückmeldungen zu bekommen, das hat auch uns sehr erfreut und sehr ermutigt. Einige haben uns berichtet, dass sie ganz neu sich der Kraft des Gebets bewusst geworden sind. Leute haben uns berichtet, wie ihr Gebetstag abgelaufen ist. Einige haben das in der ganzen Gemeinde gemacht, andere mit einem kleinen Hauskreis, andere für sich allein. Und es wurde nicht nur am Tag gebetet, selbst in der Nacht haben Geschwister, die vielleicht im Krankenhaus arbeiten und Nachtschicht hatten, haben schon in der Nacht angefangen zu beten. Also die Rückmeldungen waren sehr ermutigend und dafür danken wir Gott, dass er diesen Gebetstag so genutzt hat, um so viel Ermutigung und Freude und Dankbarkeit bei so vielen Geschwistern zu bewirken. Aber nicht nur das, sondern wir durften in den letzten Wochen, gerade auch in den Tagen nach dem Gebetstag, tatsächlich sehen, dass es ermutigende politische Entwicklungen gab. Zum Beispiel wurde in Baden-Württemberg die geplante 3G-Regelung für Gottesdienste wenige Tage vor ihrem Inkrafttreten doch noch zurückgenommen. Oder Bayern und Sachsen haben angekündigt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht erst einmal auszusetzen. Und heute wurde beschlossen in der Ministerpräsidentenkonferenz, dass generell der Stichtag für die einrichtungsbezogene Impfpflicht entfallen soll. Das sind sehr ermutigende Dinge und wir wollen das nicht einfach als Zufall nehmen, sondern wir wollen das verstehen als Gottes Antwort auf unser Gebet. Und deswegen wollen wir auch dafür Gott den Dank nicht vorenthalten, der ihm gebührt. Aber das heißt nicht, dass unsere Arbeit jetzt schon erledigt wäre. Ja, vielmehr soll uns das ermutigen, weiter dran zu bleiben, festzuhalten am Gebet und unsere Anliegen weiterhin im Gebet vor Gott auszuschütten. Denn viele Geschwister haben uns auch geschrieben von ihren Sorgen. Einige haben große Sorge, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, diejenigen, die im Gesundheits- oder Pflegebereich arbeiten. Sie wissen nicht, was geschehen wird, möglicherweise in wenigen Tagen und wie es für sie weitergehen wird. Ja, wir haben sogar von jemandem gehört, einem Ehepaar, da hat der eine Ehegatte zum anderen gesagt, er würde sich möglicherweise scheiden lassen, wenn der andere sich nicht impfen lässt. Also auch da haben wir von viel Not und viel Leid erfahren von den Geschwistern. Und so wollen wir nicht aufhören zu beten. Und deswegen möchten wir als ACCH zu einem zweiten Gebetstag aufrufen. Und zwar soll der stattfinden am Sonntag, den 27. Februar. Das heißt am letzten Sonntag im Monat Februar. Und dieser zweite Gebetstag steht unter dem passenden Bibelfers aus Kolosser 4, Vers 2, Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und das wollen wir tun. Wir wollen dranbleiben, festhalten am Gebet, um für die Dinge zu bitten, wo wir Gottes Eingreifen brauchen. Aber wir wollen auch nicht vergessen, Gott Dank zu sagen für das, was er schon getan hat. Und so rufen wir als ACCH erneut die Gemeinden und Haus und Gebetskreise und Familien und auch jeden einzelnen Christen dazu auf, an diesem Tag ganz besonders den Herrn im Gebet zu suchen und gemeinsam unsere Sorgen auf ihn zu werfen, denn er sorgt für uns. Die Gebetsanliegen für diesen zweiten Gebetstag haben wir wieder in einem Flyer zusammengestellt. Dieser Flyer, der findet sich einmal in der Videobeschreibung als Link, ist aber auch abrufbar über die Internetseite des ACCH, die neu eingerichtet wurde, unter accch.info. Und auf dieser Internetseite finden sich auch weitere Informationen zum ACCH und zu seinen Mitarbeitern. Und außerdem kann man sich dort auch zum Newsletter anmelden, sodass man informiert bleibt über weitere Aktionen des ACCH. Auf Eingebetsanliegen möchte ich aber auch hier im Video noch besonders hinweisen. Der ACCH hat ein Schreiben an die deutschen Politiker vorbereitet, in dem wir erläutern und für Verständnis dafür werben, dass es Christen gibt, die die Impfung aus Glaubens- und Gewissensgründen nicht nehmen können. Dabei weisen wir auch darauf hin, dass Gott alle Menschen und auch die Regierenden einst richten wird, dass sie verantwortlich sind vor Gott. Dieses Schreiben, es soll von Pastoren und Leitern christlicher Gemeinden und Werke unterzeichnet werden. Und aktuell befinden wir uns in diesem Unterschriftenprozess und wollen, so der Herr will, in der nächsten Woche dieses Schreiben dann an die Politiker verschicken. Und wir möchten euch bitten, auch dafür besonders zu beten, dass Gott dieses Schreiben gebrauchen möge, um vielleicht den ein oder anderen Politikern noch einmal umzustimmen oder ihm vielleicht sogar dazu zu bringen, ernsthaft darüber nachzudenken, wie er eigentlich vor Gott stehen wird im Gericht. Im März soll über die Impfpflicht beschlossen werden. Und heute bei der Ministerpräsidentenkonferenz wurde erneut bestätigt, dass die Impfpflicht gewollt ist. Das heißt, dies ist möglicherweise die letzte Möglichkeit, vor einer Abstimmung noch einmal zu versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Politiker, ihnen unser Anliegen ans Herz zu legen. Und so bitten wir, dass ihr auch dafür besonders im Gebet eintreten mögt. Und so lasst uns diesen zweiten Gebetstag am Sonntag, dem 27. Februar, lasst ihn uns nutzen, um gemeinsam vor den Herrn zu treten und voll glauben, zu ihm zu beten. Und lasst uns Großes erwarten von unserem Gott, so wie es heißt, denn viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Im Namen des ACCH wünsche ich euch allen die Gnade und den Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.